Eine 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Düsseldorf-Wittlaya. Die Immobilie wurde 1973 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 580 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.